ich hoffe es läuft jetzt wieder richtig zumindest ist dieser komische knarzzau und jetzt weg ja sieht gut aus erforderliche aufwendungen 60 dollar plus 6 er ist natürlich schon plus 81 ist schon heftig aber habe ich denn aber warum kann ich nicht herstellen taxifahrer wahrscheinlich muss ich aus dem ok es ist es ist es ist es ist es ist es Ich habe einen Moment. Das ist das. Ich bin ein bisschen. Okay! Das ist so! Das ist so, was ich nicht mit der anderen PAD. Ich finde, das ist ein bisschen was für mich. Ich bin mir nicht die Verlust. Ich werde dir die Beleidung nicht mehr aufmachen. Ich werde mich nicht mehr aufmachen. Wie ist das? Das ist das, was ich? Ich bin so großartig, aber ich habe das Gefühl, dass ich hier ein bisschen stärker bin. Ich bin so großartig, wie ich das jetzt schon vorhin habe. Ich bin so großartig, dass ich mich nicht mehr als ich bin. Ich bin so großartig, dass ich mich nicht mehr als ich. Was hast du gesagt? Nein, keine Ahnung. Hey, meine Frau! Sie sind hier. Willst du zurück? Ich kann nicht mehr nach meinem Schweren zu machen. Ich sage, dass ich mein Schweren ist. Ich habe keine Schweren zu machen. Ich habe keine Schweren zu machen. Ich habe schon die Verlust. Oh, bitte. Ich habe schon die Werte gesucht. Wenn ich mich an, dass ich die Bewerbungsverleutung habe, dann muss ich nicht so, wie du, wie du, wie du, wirst du nicht wissen, was ich. Ich bin wieder. Diese Dich... Ich bin ein großer Mensch. Ich bin ein schnelles Wettbewerb. Ich bin ein schnelles Wettbewerb. Hey, hey. Ich bin ein bisschen. Was ist das, was du? Das ist ein Einwander, das ist ein Kull-Ausbau. Das ist ein Wettbewerb, wenn ich nicht die Fahne schaffe, dann muss ich es nicht Das ist ein Wettbewerb. Ich habe es nicht Ich habe es nicht nach oben. Dann wenn ich mich verletzen, dann kann ich nach oben. Ich habe es nicht verletzt. Das ist es wir haben ja die bürgen bürst er gg da mehr das hat schon jetzt kommt so Der Schlepp muss nach dem Sturm aufbauen. Ich kann jetzt die Hälfte und dass der Schlepp. Der Schlepp muss sich um alles aufbauen. Ich kann mich hier nicht vor. Es ist echt nicht einfach hier. Ja, der hat eben auch nicht reingeschüttet, ne? So! Mmh. Okay. 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 Good. Das haben wir auch. So, jetzt geht's hier weiter. Dann habe ich ja nicht schon wieder so viele. Hm. Ja, mach dich weg. Wichser. Okay. 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 Oh, herstellen. Ja, das ist natürlich schon mit 73 plus ist schon ein bisschen mehr. Also heißt das, wenn ich die Waffe verstärken mache, dann kann ich die Waffe wiederholen. Okay. Ich bin doch mal nehm. Okay, das müsste ja eigentlich. Aber was hat... ...Waffen, die nicht mehr benötigt, kann es gegen Metall-Eintauschung der Qualität mit einer Verbesserungskraft. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist doch so. Wir werden jetzt wieder beginnen. Wie ist es? Ich bin wieder. Komm schon 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 wieder. ok dann stehe ja so gut wie neu auf zum einkaufsverfahren wir sehen es schon sehen es schon kippchen Oh, ha? Oh, ha? . 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 Jetzt hab ich ja selbst verstanden. So, Schläger-Break-Gentern. So, Schläger-Break-Gentern. I am ergens auf dem Heerland und das夢iert den Ratschiff. I am an Ratschiff. I am an Ratschiff! Okay, dann gehen wir! Na? Na, dann gehen wir wieder. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Das ist so cool. mit der hell ja erst mal die rolltretten an der konto shopping center hier ist ja riesig die größte mal in hololulu hier gibt es quasi alles haben wir nie brauchen könnte sollten sie eintreten bevor wir nach district 5 gehen hallo aber zum spiel habe erkannt dass man einen rufen mussten zu zeigen treffen beim pc-shop beim pc-shop marken sind da hallo zu tun und sind auch vorbei was macht er Was ist das? Anakonda Escape! Anakonda Escape! Was ist das, was ich? Kamoto, kann ich nicht auswählen? Wenn ich ein wenigstens, dann wird die Einwanderung der Einwanderung starten. Die芸erwanderung ist ein paar Wochen später. Das ist das gar nicht so, was ich sagen. Nein, was ich gesagt. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Wie war das, Prodüßer? Oh, ich habe mich verletzt. Ich verstehe das nicht. sommer spielt das ja auch mit dem brn ich guck mal eben rein wegen ehrgeiz hier schreibe ich denn in den chat rein ob er das auch hatten denn irgendwie so noch aus wie er leider nicht oder ja irgend so ein scheiß alter das nervt schon ja so ein bisschen ja ja schon okay Ich habe mich schon über die Aufwärter gesucht, hier. Die ersten Wochen sind schon seit einem Anwärter, die ich von mir bestehen kann. Ich habe mich als Produkter die Frau von Klammer, die ich mit mir angefangen hatte. Ich habe mich schon ein gewisseres Anwärter zu hören. Ich bin froh, Klammer-Klammer. Ich bin froh, Klammer-Klammer. Ich bin froh, Klammer-Klammer-Klammer. Ich bin froh, Klammer-Klammer. Ich bin froh, Klammer-Klammer. Ich bin froh, Klammer-Klammer. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was das Thema, was ich an der Stelle machen kann. Was ist das? Ich komme jetzt mal zu erklären. Ich habe einen Schöpfung im Schöpfing-Sentre. Ich bin ein Schöpfung im Schöpfung. Ich bin ein Schöpfung im Schöpfung. Ich bin ein Schöpfung im Karten. Ich bin ein Schöpfung im Karten. Wenn ich mich auf den Balle schreif, dann kann ich ein Schöpfung! Es ist einfach, aber es ist so schön. Ich bin der Mann, was ich? Es ist sicher, dass ich es so gut bin. Aber was das Mann ist das? Ja, Mann ist das Mann. Das Mann ist das Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann und der Pro-Less-Aberatung. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Das stimmt! Ich bin so ein Mann und ein Mann. Also, wenn man einfach ein gutes Produkt bekommt, dann kann man es einfach nicht gut sein. Und das ist, dass man sich immer wieder aufhören kann, so kann man sich nicht mehr aufhören. Wenn man sich das, dann wird es wirklich Spaß gemacht. Das stimmt. Das stimmt. Bitte. Bitte. Das war's für heute. um man mal wieder mit dem was er geht oもしろそうだしやってやるぜ und ich leo ただ言っとくが俺は素人だからな 演技とか撮れた方とか言われてもわかんねーしその辺は期待するのよ 大丈夫大丈夫 飾らない面白さがうちの番組の売りだからさ 春日さんは深く考えずに楽しんでくれたら ok よ じゃあ大西ちゃん あとの説明頼むね 僕は最終確認に行ってくるから では 簡単に番組の説明しちゃいますね うん よろしく頼む 3 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 4 5 Du hast genau 6 Minuten nur das Ziel zu erreichen, warte mal Sekunde, was für Missionen sind denn das? Hey! Pad up hier, wa? Wir haben Laptops und Behälter im Jansnische Einkaufszentrum verteilt, gequachtete Keule. An den Laptops musst du Quizfragen beantworten und um die Behälter zu eröffnen brauchst du Passwörter. Das ist schon alles, was du über die Mission wissen musst. Erstmal wenn du einen Abschied bekommst du mehr Punkte und am Ende einen besseren Preis. Außerdem geht es in den Quizfragen um dieses Einkaufszentrum. Also solltest du dir vor, äh, solltest du dir vor gut angucken. Ich denke, dass überall Gegner lauern. Du musst also riskieren, erwischt zu werden, wenn du richtig absagen willst. Okay. Also muss man aufs Ganze gehen. Oder ich halte das Risiko möglichst gering. Wie auch immer, wenn du mir ein Gegner erwischt, ist das Spiel vorbei, richtig? Nee, ihr tragt nur einen nicht-tödlichen Kampf aus, für den wir nicht haftbar sind. Aber ganz egal, ob du gewinnst oder verlierst, du bekommst eine Zeitstrafe. Bei einem Sieg werden die 20 Sekunden abgezogen und bei einer Liederlage 40. Wenn du alter Wischwitz gib mir gleich auf, du kannst immer noch ans Tier kämpfen, solange du noch Zeitung wirst. Kurt Peer, Zeitstrafe verändert also, dass ich mich einfach nur Ziel prügele. Genau. Die beste Strategie ist, clever zu sein und gegen an jeden Preis auf den Weg zu gehen. Die zwei Gegner-Tüfenläufer sind natürlich schnell, dafür aber leicht zu besiegen. Sind die Ringer zwar langsamer, deutlich stärker. Okay. Das waren alle Reden. Und alles verstanden, jetzt können wir den Dreh losen. Ähm, okay. Du ein bisschen wieder reinkoschen, aber gar nicht. Komm wieder vorbei, wenn du fertig bist. Okay. Das regnet in dem Einkaufskentrum. Komm weiter. Komm weiter. Ahh los geht's. Oh! Oh! katsch ich Fliesde Missionen abschlüpfe an Gürtel vorbei während du versuchst möglichst schnell das Ziel zu erreichen Findest Missionen die nur auf dem Computer an der Moe zu creust Zeit für ein Quiz, jede falsche Anfassung und bla 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 Wahr oder falsch Was ist das? ich habe keine ahnung wo ich hin muss alter kann man eigentlich nichts wenn man hier rein geht ich habe alles ich habe mich nicht ich hab mich nicht ich habe mich nicht ich habe mich nicht Das ist ein tolles Groß Das war's für heute. 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 So irgendwie kann man ja auch Nebenjobs machen. Ach dr. quozu oder wie er hieß. Oder mir wozu. Arouha Арouha Jahre taller. Oh. Es ist schwierig zu erklären, aber es ist schwierig zu erklären. Ich denke, es ist gut zu sehen. Los geht's. Oh, ja. Willkommen Sie? Das ist das, was ich? Ich bin gut, dass ich hier bin. Ich bin gut, dass ich hier bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist eine Loyalde-Taste. Schuss. Dulmon, Speed? fel POW chamber dieomoninnen und Schțuern Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist echt eine Pause. Ich glaube, das ist ein Zeug. Ja, der Schöne ist sehr stark geworden. Der Team hat einen Schöne, der erzielt. Ah. Das ist das, der Team der Schöne-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose. Der Schöne-Klose-Klose? Das ist ein Team der Schöne-Klose-Klose-Klose. Das ist ein Team der Schöne-Klose-Klose. Das ist ein Team der Schöne-Klose-Klose-Klose-Klose. Ich bin ein, bis vorj���ter Lasаяung-Klose-Klose, wie es Klose-Klose-Klose-Klose-Klangs. San district leaders, hat sich aber diese Klasse und sich zennes befindenル Segusschöne-Klose wie er ihn der Schöne-Klose-Klose hat. Oh, ich habe den Schrauben auf den Schrauben auf den Schrauben. Sollte 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dann wirst du siegen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 lassen, aber was zum Teufel soll er jetzt machen? Keine Sorge, ich bin schließlich Erstklatser Suchimon. Ich gehe mit dir die Grundlagen durch. Danke, mal los. Fein, der erste Schritt ist der Aufbau deiner Teamstärke. Du musst es angreifen, kurz Suchimon nur unnötig Ausdauer. Als Trainer musst du den richtigen Moment abpassen. Bevor ein Suchimon angreifen kann, muss das Suchimon Kraft SP sammeln. Wenn die SP-Anzeige 10 reicht, kannst du mir einen Befehl erteilen. Wie schnell dein Sammel hängt von deiner gesamten Geschwindigkeit einer aktiven Mitglieder ab. Für stärkere Angriffe sind mehr SP erforderlich, dafür kann Angriffe mit niedrigen SP-Kosten häufiger eingesetzt werden. Okay, klar. Oh ja, jetzt habe ich richtig Bock. Kazuhas haben, was soll ich tun? Gefühle, Sudachi, einen Angriff. Hey, Manager. Wie soll ich das denn sagen? Oh, krasser Moves, das hat sich sagen. Natürlich, ein toller Anweis in deiner Weiß. Wenn der Suchimon Team dran bereit ist, gibst du einen Angriff zu schieren. Okay. Ach, übrigens, wusstest du, dass verschiedene Suchimon-Teams Achtet darauf, gegenüber wem wir im Vorteil sind. Viel komplexer, als ich dachte. So. Sudachi Moves sind in fünf Typen unterteilt. Flamme, Frost, Natur, Licht und Schatten. Flamme, Frost, Natur, Frost schlägt Feuer, Feuer schlägt Natur, Natur schlägt Frost. Okay. So. So. Die Position des Suchimers und Gegners wirkt sich auf seine Reichweite stärker aus. Angriffe frontal nach vorne sind stärker, wenn die schwächer sind. Ne, bab, 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 bab. Äh, berüchtete Linien und ein Angriffskipfung. Eine rote Linie bedeutet, dein Angriff wird extrem effektiv sein. Eine weiche Linie bedeutet, dein Angriff wird bei normalen Schaden anrichten. Eine schwarze, dass ein Typen-Nachteil besteht. So. Einmal pro Zug kannst du einen Suchimon gegen einen anderen auf dem Feld oder Reserve auswechseln, indem du den Cursor auf den auszuwechselnden Suchimon bewegst und vier drückst. Typen kann den immer noch angreifen, der Tausch kann jedoch in der Zeit auch nicht rückgängig gemacht werden. Rücksichtigt dann immer der Aufbau der Team war. Okay. Ich bin ganz zu. Okay, so. Also, Feuer beherrscht Natur, Schatten beherrscht Licht, Licht beherrscht Schatten. So. Da ist dein Rot. Feuer, ja, Pflanze, schuldet. Okay. Okay. Wir haben einen Lauf, für den wir zusammen schaffen würden, mit einem krassen Luf. Äh, klar, gib alles. Suchimon sammeln Moralpunkte im Laufe des Kampfes an, wenn der Interessismus aus deines Teams steigt. Nutze Typenvorteile greife, um mehrere Suchimon auf einmal an und mehr MP zu genutieren. Je mehr sich deine Suchimon umeinander kümmern, desto schneller lebt sich die Leiste auf. Kannst du MP einsetzen, um mit deinen Suchimon Spezialangriffe auszuführen. Katze, was ist denn los? Hm? Spezialangriffe können gewaltigen Schaden verursachen oder Suchimon heilen, die an der Schwelle zur Bewusstlichkeit stehen. Setze diese mächtigen Skills mit Bedacht ein. Der kostet nicht nur MP, sondern beenden auch deinen Zug und leeren deine SP-Anzeige restlos. So. Klammende Fußarbeit. Äh, Feuer in An, damit er einen Booster hält. Die Effektivität der Anerstützung wird das Roulette bestimmen. Oh, landet das Rad auf Rot, werden alle Gegner vom Angriff getroffen, stellen Heilsgeld, bla 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 bla. Grün, dass der Angriff vorwärts in Diagonalen ausgeführt wird. Außerdem die Heiligen Ring für die Blauen Gegend führt dazu, dass wenn er sich zweifelt, sein Angriff nur den Gegner direkt vor ihn erwischt. Außerdem heilt er noch weniger. Okay, das war ein bisschen richtig guter. Das war unglaublich. Hö, so lange wir angeraten, steht die Trimoral. Deine Chance, was kritisch krass abzuziehen. Mit Special Moose gewinnt man kämpft. Das war's, Kazugazan. Jetzt müssen wir noch ein Erinnerungsfotos machen. Stellt euch alle zusammen. Der Mannsatz, ist das sehr schön gewesen. Hö, so lange wir gehen. Das war's, zog ihr Geld. Das war's, da war's. Hö, so lange wir gehen. Was ist das? der kürzer massiv kreise mori kuss er ist da die sind 29 euro bei gamestop exo primal für ps4 mit upgrade für 15 Euro ja das Ding absolut was klar Mh 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 Ja. Ich habe die Leute, was mit dem Arschluss entstanden? Die Leute haben nicht mehr mit dem Arschluss zusammengebracht. Ich habe einen Mann im Arschluss mit der Brüder geschenkt. Ich habe mich verwandelt, um einen Entzünder zu bewerfen. Ich habe mich gebrochen, um Arschluss zu bewerfen. Ich habe mich nicht mehr, was ich nicht behauptet. Ich habe mich nicht mehr geholfen, was ich nicht mehr als Oliver zu tun. Und dann bin ich nach dem Arschluss, habe ich mich nicht mehr ausvollzogen. die schmerz nach koto oder was ist kennenzulernen und das ist doch ich bin zu schnell müde momentan ist torino das Das ist doch ein Weg. Das ist natürlich ein Weg. Das ist nur ein Weg. Der Kusser Master wird sein. Der Kusser ist der Kusser. Der Kusser ist sehr großartig. Wenn du er als Kusser als Kusser ist, dann kann er das Kusser. Aber der Kusser ist nicht gespielt, weil ich mich nicht so viel zu tun. Ich möchte mich an die Kusser. So, ich bin ich. Ich kann mich, Kasuga. Kann ich mir helfen? Warum bin ich? Das ist doch, dass ich einen Mannschaften zu einem Mannschaften. So, dass ich einen Mannschaften habe, wie ein Mannschaften, aber er hat einen Mannschaften nicht mehr als Mannschaften. Das ist doch ein Mensch. Du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch. Ich weiß nicht, was ich sagen. ich danke dir ja auch ein wunderschöner abend alles gut bei dir ja 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 Okay, oh man. Also, ähm... Und zwar ist das so abgelaufen, ich war ja, musste erst mal warten, dass mein Vertrag kommt und das haben die ja alles über E-Mail gemacht. Also der Vertrag kam digital, ich hab den digital unterschrieben, zurückgeschickt und saß ja die ganze Zeit und dachte immer, ey, das muss doch irgendwann mal kommen. Warte mal ganz kurz, mach mal eben kurz Pause. Kann ich das gerade nicht. Und auf jeden Fall bin ich dann hoch, hab dann meinem Chef Bescheid gesagt und die wollten ja mal, dass ich in die neuen Medien gehe. Also hier Computer und Konsolen. Ich hatte ja erst abgelehnt und waren sie natürlich ein bisschen niedergeschlagen, nenne ich es jetzt mal. Oder enttäuscht, dass ich es nicht gemacht habe. Und ja, dann bin ich auf jeden Fall runter, nachdem ich mit meinem Chef gesprochen hatte, dann noch zu meinem Vorgesetzten, ich sag so und so. Und dann gehe ich nach unten. Und ich nehme mal an, dass mein Vorgesetzte schon was gesagt hatte. Ich sehe nur, wie die so miteinander reden. Und ich habe ja ganz normal meine Arbeit weitergemacht. Ich habe jetzt gesagt, weil das ist nichts, was ich jetzt unbedingt so groß an die große Glocke hängen muss. Wozu auch? Weil das betrifft ja nur mich nicht, die anderen. Und die haben wohl gedacht, dass ich das dann so mache. Aber man hat schon gemerkt, irgendwer hat geplaudert. Weil dann mit einer kam keine Frage mehr, ob ich rübergehe, außer von den Leuten, die es noch nicht wussten. Und die anderen so, ja, die haben mir gedacht, wunder was da jetzt passiert, dass ich dann sag, ah ja, ich will jetzt rauf. Aber der Witz bei der ganzen Sache ist ja der, unseren Azubi haben sie nicht übernommen. Der musste aufhören. Der ist dann halt zurück in die weiße Ware gegangen. Und als ich dann mit meinem Chef fertig gesprochen hatte, sagte er, ja, ich soll mal rüber gehen. Und dann sollen wir ein Schildchen stellen, dass wir da für die Experien und Leute suchen. Da fand ich schon ein bisschen komisch, ne? Also, nicht unbedingt so nett, wenn der Azubi nicht weitermachen darf und raus muss. Und, 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 sein. Aber er sagte, es ist schade, dass ich aufhöre. Ich sag, ja, ist halt ein bisschen mehr Zeit. Ich sag, ich will mich um meinen alten Herrn kümmern. Und das kann ich durch das Homeoffice dann machen. Da muss ich mal gucken, vielleicht mache ich das mit meinem Bruder zusammen. Ja, genau. Nicht mehr lang. Das habe ich auch gesagt. Es ist halt jetzt ein Monat noch, beziehungsweise knappe drei Wochen. Und, ähm, ja. Dann ist das in Ordnung. Dann habe ich eine Woche Urlaub, also fünf Tage. Ich hoffe, dass sie da jetzt nicht so viel abziehen, wegen den, ähm, und, ähm, wegen den Minusstunden. Da, ne, mal gucken. Ja, wen nehmen wir, wen in den Bauernheber? Ziemlich stark aus. Lassen Sie rausfinden, wer stärker ist. Wer jetzt in eine Kraftprobe für die allerstärksten Fall sind, bieten Sie damit die Chance, die besiegt und schütze. Wenn er mitteilen, dass ein Bonuswert ausgelöst wird. Okay, alter. Jetzt mal heilen. Völlig im Arsch. Ähm, kann er sich anfangen zu gut zieren. Na, mein, ja, okay. Naja, aber so sieht das momentan aus. Und, ja. Bin gespannt. Und, dann muss ich erst mal nach München. Zum, zum, zum Boarding. Also, es geht ja nur über drei Tage. Ja, da müssen eigentlich alle hin. Und, dann sind auch regelmäßig, ähm, 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 na, äh, regelmäßig, äh, treffen. Und ich hatte das auch irgendeiner, klar, man informiert sich ja auch vorher, äh, ähm, äh, in irgendeiner Bewertung gelesen, dass die dann halt häufiger dahin sind. Und, äh, um dann gemeinsam zu essen und müssen. Ja. Ich muss dann, in der Regel ist das so, äh, kurz direkt, also nach Beginn, du willst natürlich erst mal gucken, hier, äh, Büros und so weiter, und danach geht das eigentlich direkt gleich nach München. Kampelstück, äh, Kampelstück, äh, nach einem Kampf noch etwas verweilen. Nutze diese Gelegenheit, um sie für ein Süßermittel, ne? Musst du dafür sorgen, dass es sie für sie lohnt. Also solltest du sie vom ganzen Herzen ein Tsutschi-Geschenk überreichen und bring deine Gefühle mit einem Zeichen der Aufrichtigkeit zum Ausdruck. Qualität eines Geschirks wird sich auf die Glaubwürdigkeit aus. Mit einer Geschenkbox und richtiges Handeln könntest du ein Mächtenfühl. Okay. Ah, okay. Ah, okay. anfangen was machst du in münchen das hat nie geschossen das ist ja immer so ok geburtstag feiern ja dass man sich denn das leider immer so wenn man die leute nicht kennt klar dann bist du mit irgendeinem wild fremden auf dem zimmer das ist also das war schon bei gamestop ich habe ich gesagt ja nicht unbedingt angenehm weil dann habe ich gesagt ich sage mir mal nicht sauer ich sage der bengel ist vielleicht 19 und ich sage ich bin fast 50 oder in dem falle 45 ich sagte er will bestimmt nicht mit so einem alten sack in einem bett liegen was soll er dann seinen freunden erzählen ja bei mir hat ein alter knacker im bett geschlafen wird ja peinlich geburtstag dein geburtstag feiern so jetzt gucke ich aber mal so in münchen heidhausen sind die untergebracht da ist das hotel was denn das model one so zu tun und das hier ist eine automatisch aktualisiert liste ja genau der witz war ja damals bei gamestop ich habe nur gefragt ob die möglichkeit besteht ob man das bett eventuell auseinanderschieben kann oder ob die noch ein separates bett hätten dann haben die da einen wirbel gemacht ja ich wollte ein einzelzimmer habe ich nie gesagt habe ich das nochmal erklärt dann haben wir einen riesen febs gemacht und ich sag das kam ja nicht nur von mir ich sag der andere wollte das ja auch nicht er war da auch nicht begeistert von und ist ihm davon nichts gesagt worden ist halt so ich sage das mal ich sage das mal ich sage es auch nicht ich sage es geht es nicht ich sage es ist gut ich sage es aber ich sage es kann ob ich meine Rechte ich bin mal gespannt ich habe mir den Vertrag noch mal vorhin richtig durchgelesen hätte ich vielleicht vorher noch mal machen sollen also bevor ich ihn einfach unterschreibe aber ein trainer rang steht für den ansehen als zudem und trainer erhöht sich wenn du zudem gewinnst ja okay ist also wichtig dass du vorbei andere trainer besiegt wenn ein trainer sein eine bestimmte stufe erreicht du kannst ein mitglied der fiesen vier in einer persönlichen zudem arena ausfordern wenn du einen der vier besiegst erhält sein orten was sein status als trainer erhöht vom anfänger bis platin orten wiederum ermutigt suche wollen sich mehr zurückzulegen marke katterei ich bin hier für die eier anzuprocken ich wollte es nicht mit absicht auf jeden fall habe ich also ich klar ist ein unbefristeter vertrag sechs monate probezeit und kündigungsfrist ist später zwei monate naja okay dann ist halt zwei monate wenn man dann wirklich kündigen wollte ja und wie gesagt ich habe es jetzt noch mal genau ausgerechnet also sind also mit dem mit den boni also nur die der reine netto lohn ist jetzt nicht extrem viel mehr aber es sind so drei oder vier und dann kommen ja noch die boni dazu das sind ja auch noch mal 150 euro im monat das sind auch noch mal 18 also kommt man nachher schon so auf ungefähr sechs bis sieben mehr die nächste fall wird kurz kannst du eine weile nicht in die stadt zurückkehren du hast also nicht ein spielzeichen also eine stufe ausrüstung zwei sterne die schlangen k k k k Aloha! Hmm... Hmm... Thank you! Thank you! Thank you! What's that? Come! Oh! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! So... Da ist... Schatten und Licht... Okay... Let's go! 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 So... Oh... Hat er doch noch überlebt? Äh... Scheiße... Ja... Gott klar... Well... Is that... That's what I'm doing... What are you gonna do? Let's go! Let's go! I'm gonna kill you... Oh... Der kann die Position wechseln? Okay, die habe ich auch nicht gewusst. Du weißt, was du geholfen hast! Du weißt, was du da hast! Du hast gut gewonnen, oder? Du bist da, der du da hast! Du bist da! Auf, das ist da! Aber klar, wenn es passt. In der Regel geht das Ganze nur so drei Tage. Also Anfahrt. Dann ist so, irgendwie morgens ist Anreise, dann nehme ich mal an, dass sie dann danach irgendwie, keine Ahnung, da dann die Versammlung irgendwo haben, beziehungsweise die Einleitung. Und am zweiten Tag dann intensive Einarbeitung oder worum es geht und so weiter. Ich kann auch noch mal eben raussuchen. Let's go here about us. Achso, ja, Family Dinner immer nach der Arbeit, oft spontan mit Anwesenheitspflicht. Anwesenheit wird auch gerne in München gesehen, was die Berliner Kollegen 10 Stunden kostet für 45 Minuten. Man fliegt auch gerne. Ja, also. Hier sind dann so einige Bewertungen. Arbeitsatmosphäre, Chaos von morgens bis abends, kündigen Reihenweise. Man verliert langsam den Glauben an den Erfolg. Das ist vom Juli. Karriereweiterbildung, null. Höhre Positionen werden immer extern besetzt. Ab dem mittleren Management geht's womit Gehalt. Darunter wird nur gedrückt. Da man an Fachkräften nimmt, was nicht schnell genug auf dem Baum ist, gibt es viele Ü50. Was spricht denn gegen die Leute über 50? Dann auch über 50. So, gucken wir mal die sehr guten an. Dann. Dann. Aber die meisten sind eigentlich zufrieden. Ja, sieht alles ganz gut aus, soweit. Ich werde wohl am 9.3. hinfahren. Ja, wie gesagt, ich muss das mal sehen. Ich weiß also, meine Kollegen, die sind am 5. Quatsch, jetzt habe ich schon die Playstation spielen und dem Dutting in der Hand. Peinlich. Ja, sehr peinlich. Ja, die sind vom 5. bis zum 7. da. Ah, muss man mal gucken. Ähm. Stehen soll ich nicht mehr. Windewurm hat sich dem Team angeschlossen. Prima, yippie. Dieser Urlaub war ein Fehler. Wir müssen unser Training verdoppeln. Ja, wie gesagt. Das war's. 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 Ach ja, Bingo gibt's ja auch noch. Oh, da ist ja noch. Einer, wa? Na ja, wo ist er denn? Der muss doch hier irgendwo sein. Hä? Der Flynn? Der ist doch hier auf der Map. Ja, sollte mich wirklich schämen, ja. Ja? 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 Na, bata hier entlarom, meine Demo. Das ist doch komisch, dass er mir das anzeigt. Was wenn der hier wäre, aber da ist ja nichts. Da ist auch nichts. Ich muss ja das hier sein. Mal gucken. Hm. Tsuchigami mit C-Shop. Wo ist sie? Hm. Vielleicht ist der oben. Das kann auch sein, ja. Ah. Guck mal. Aha. Ja. Ja. Hm. Bitte einen seltenen Suji-Mon. Wo bist du, kleiner? Komm schon raus. Miet, miet, miet. Hehehe. Hehehe. Quatsch. Diese Geräte wurden auf ganz Highlife für Suji-Liga-Trainer aufgestellt. So ist sie in der Suji-Locations. Nähere dich ihn einfach um kostenlose Suji-Materialien zu erhalten. Blah, okay. Ach ja, da ist das Ding hier. Ähm. Na, wie dieses Kumitee. Alta. Akzeptiert nun Meister-Tickets. 100 Dollar. Mit diesem Gacha kannst du bis zu 10 Natur-System machen. Ein Ticket pro Versuch, okay, machen wir mal. Wie auch willst du ziehen? Dreimal natürlich. Komm ich hier erklärend. Na, komm schon. Extremsportler. Ja. Immerhin, ne? So. Ich hab auch noch gar nicht hier die Nebenjobs und so weiter rausgefunden. Also da ist echt so viel noch. Ja. 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 Das war's. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. nicht dieser gescheite komiker espresso irgendwas was Du machst espresso mit der Bucke die Prozent der Wiener der Juli und Gigsprobleme hat er ab geht die Bohne das war ein Spruch der Scheiß war komisch und das Presseleiter jetzt ist es wie auch immer machen wir ein Zelt Lächeln Bühnchen und schon sagt einfach ab geht die Bohne alle Wunsch hören bitte die anderen Gäste Rücksicht nehmen die beide Gäste und Depp sie können die König kommt bevor wir über mir lernen Apropos Hanni Puber oder wieder bei uns auch sehen was hast du schon zu verlieren ja wir warten nicht mal guten Kaffee von der Höhe Prozent mehr die Nächte und verschämt in der Rest und zu müssen soll das eingreifen mehr bis zu den die Wartung halten zwischen uns und den Angestellten Schelke fällt hinten an. Geht nicht. Ihr versorgt mir den Tag. Dann guck weg, Arschgesicht. Hey, vergiss nicht, dass wir nochmal einen Stopfen bei diesem Clown das Maul. Aber wie rabiat die Asiaten über lauf der Welt sind jetzt auch noch vorbei. Ja. Ja. Ja, ich bin auch vorbei. Das ist gut. Das war's für heute. gleich ist auch schon wieder jetzt zum kurzen jetzt schon vielen dank hätte viel schlimmer können hast du aber nicht oft mit solchen leider schon aber man könnte sagen ich baue nur die boden die ich gemahne doch 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 das ist Es ist sehr schön, aber es ist sehr schön. Ich habe keine Ahnung, aber es ist mein Lieblings. Ich freue mich, dass ich mich sehr interessiert habe. Du bist der元ige Geistin? Das ist eine große Herausforderung. Aber ich weiß es nicht, aber... Nein, das ist gut. Das war ein bisschen früher. Ich habe die Geschichte schon gehört. Ich habe hier schon gesprochen, als ich als Espresso Mameoka habe. Ich habe den Namen von Espresso Mameoka gehört. Es gab hier ein bisschen ein Wettbewerb. Espresso... Ich habe es nicht richtig gehört, aber ich habe es ein Wettbewerb. Das war's für heute. Das war das Wichtigste. Ich hatte eine gute Besucherung mit Zutaten in der Tetschia. Ich habe mich alleine mit dem Beste auf der Tetschiai gelegt. Ich habe mich alleine in der Tetschiai gelegt. Aber ich habe es nicht verdient. Aber ich habe es nicht verdient. Aber ich habe es nicht ohne Hühner. Aber ich habe es nicht gew verloren. Wir haben uns alle Künstleren, einen anderen Weg zu kommen. Ich bin mir das so ein Problem. Das war's für heute. Ich habe noch nie mit uns zu treffen. Nein? Ich habe noch einen Tag mit einem Koffer zu essen. Ich bin jetzt auch gut, aber... Das war's für mich. Das war's für mich. Dann habe ich gesagt, Das war's, was ich schon gesagt, dass ich mich überrascht habe. Ich habe das Thema gemacht, von der Kombination der Kombination. Ich habe mich überrascht, und habe mich überrascht, und ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht, kurz zuerst. Aber ich habe mich wirklich ein bisschen gesagt, dass ich mich überrascht. Auf Yakuza Partys? 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 japan erhöht stufenaufstieg japan 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 Oh, das sieht wirklich nicht unbedingt nach Hawaii aus. Ich kann nicht nur auf dem Weg gehen. Wenn ich nicht mehr sterbe, dann kann ich mich nicht verletzen. Soll das ganze Stab, dass die Erwärmung auf dem Planen wiederholt? Für die Erde wiederholfen kann man die Erwärmung. Mit dem Platz und Bezug auf die Erwärmung ist, dass sich die Erwärmung an die Erwärmung auf dem Land zu verändern. Hier ist auch der Herbst ist ein Home-Weltscamp. Die Erwärmung haben auch eine ähnliche Station, die Regierungser hat sich immer die Erwärmung an. Aber es ist nicht genug, dass die Hormel- und Hormel- und Hormel-Kurse zu kommen. Hier ist es auch ein Teil der Bara-Kurse. Du hast du diese Hormel-Kurse zu diesem Ort in der Hormel-Kurse gesehen? Es ist ein Teil der Hormel-Kurse, bei der anderen Seite aus den Hormel-Kurse zu kommen. Ich bin ein Mann, der hier in der Welt. Ich bin ein Mann, der sich für die Passe zu verabschieden. Ich bin ein Mann, der hier in der Welt. Aber wenn ich mich verabschiede, dann kann ich nicht mehr zurückkommen. Ich bin nicht zurückgegangen. Ich bin nicht mehr zurückgegangen. Ich bin ein Mann, in der Karte, in der Krankenhaus, in der Karte. Oh, ich weiß. Die Barakuda hat hier eine selbst- und Klinik-Litzen geschehen. Wenn man die Verkaufsdagen aus dem Verkaufsdagen hat, dann kann man die Stadt ein wenig gut sein. Was ist die Barakuda-Bakuda-Dekunst? Ich weiß, dass man die Verkaufsdagen hat. Aber wenn man die Verkaufsdagen hat, dann kann man die Verkaufsdagen haben. Die Verkaufsdagen hat, woher die Verkaufsdagen sind? Also, es gibt so viele Dinge. Das war's für heute. Und da? Was hast du mit dem Passport? Ja. Das ist ein junger Mädchen. Ich denke, Chitose. Ich denke, es ist ein bisschen hart. Ich dachte, dass du mit dem Passport hast. Ich dachte, dass ich hier bin. Oh, da tauchte plötzlich eine Frau. Was? Ich denke, dass ich hier bin. klasi も安泰だからよ 何かしら対価を要求される可能性はある けどな えっ ja me アンタが警官だってのが信じるんですよ にいっぱい s シグルケースマカビアーでもしてまいです oi 2 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. It was a bitchen... Quatschig... Ja. Kommt ihr noch Bier? Geht auf uns. Da sitz mal bei den Pumper da drüben. Ja. 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 oder die atmosphäre noch mal eine andere nummer als dritte digitale Das war's. Hey boys! Die Kräuner! Hey! Ich bin hier ein警察! Hey, Roman! Ich bin hier! Ha! Ich bin hier mit dem Auslanden. 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 amerikanischen oder war der kittest amerikanischen zu kommen um berlin die die dritte bei den anderen hättest zum beispiel da muss der dolby atmos kaufen also bei dem astro die ich habe da war das mit drin aber ansonsten musste ja so die atmosphäre der posten abo führen das ist total gescheuert aber ist halt so hat doch irgendwo den zettel da ist das dann braucht wenn du das denn einlöst dann hast du irgendwie zwei jahre dolby atmos weil ich das ja über die über die soundbar sowieso mache von daher aber ansonsten ja wie gesagt also wir hatten das ist schon noch mal eine andere hausnummer ja 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 Das war's für heute. wir werden von den mittel trifft immer in der waffel in einer game schlacht auf dem tempel verfehlt er so ungefähr so kommt man das auch vorher ich hoffe dass ich jetzt speichern kann oder gleich ich Ich habe mich nicht so gut, aber wenn du ein Kind zu verholt hast, wenn du wirklich von Chitose geholfen hast, was du für mich nicht so gut? Huh? Ich habe mich nicht so verletzt, aber ich werde mich nicht so verletzen. Huh? Ah, ja... Also, wo ist Chitose? Das ist... Ich habe das Kind, die Frau geschaut! Das war's für heute. Ich habe das erste Mal weggebracht. Ich habe mich so verletzt, dass meine Frau nicht mehr zurückgebracht hat. Ich bin gar nicht so arme. So? Diese Frau, ich habe mich gefragt, ob ich die Bara-Kurda-Anstattel auf der Bara-Kurda verletze. Ich habe mich so erzählt, dass ich die Bara-Kurda-Anstattel ausfüllen. das war's mit der tour das war's mit der das war's mit der das ist der maus ja aber der fast aus hier keine ahnung gar nicht der park oder was naa roma anternoi japan so so ja ich kann speichern nein ich will speichern das geht nicht scheiße aber hat er ja gesagt man kann doch nicht speichern kacke ich hab jetzt linke seite twitch auf das we're going down party of four the bus give you the okay don't give me that shit you want me to take you out of here in cuffs okay 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 jetzt so far ich gucke mit meinem handy auch für disney plus und so und das läuft auch einwandfrei also die redmi oder tschau wie sachen wird schon gut gemacht ich bin wieder am shopping center dann kommt das schon ein das ist das ist das ist das ist das ist das Das ist eine Papier da vorne. Okay. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist das? Das ist ein Kaffee. Die Modell mit dem Modell ist ein Produkt. Die anderen sind die Birenen. Oh, aber warum ist das so? Oh, vielleicht ist das ein Kaffee? Das ist nicht so großartig. Was ist das? Das ist nicht nur ein偏eseseseses. Die Karteien und Karteien benutzen, und die Karteien, und die Karteien und die Karteien benutzen, und die Karteien benutzen. Das war's für heute. Und die Mannschaft ist ein ganzes Wettbewerb. Sie wissen auch, dass die 100-Jährigen der 100-Jährigen wissen. Sie sind in Japan und Amerika von den ganzen Ländern zu kaufen. Was ist das? Was haben Sie hier gewonnen, die 100-Jährigen in der 100-Jährigen gewonnen? Ja. Die 100-Jährigen sind die 100-Jährigen in der 100-Jährigen gewonnen. Was ist das? Die 100-Jährigen sind alle im Betriebewerb. Die 1-Jährigen durch die 100-Jährigen gewonnen. Die 1-Jährigen werden nur noch 1,000-Jährigen gewonnen. Wie eine 1-Jährige betriebewerb wird, ist es nicht nur das. Die Menschen und die Menschen wissen keine Ahnung, ihnen zerstören keine Antworten. Das ist gut. Das ist das, was ich wirklich ein eigenes Gerät. Ich glaube, dass es ein sehr wichtiges Gerät ist, dass ich einen sehr interessanten Werke mit einem großen Branden zu kaufen. Aber diese Bauer-Lanz hat, woher ich mich aus? Ich habe mich aus dem Bauer, dass ich mich aus dem Wasser durchgebracht habe. Das ist das Gerät. Ich habe mich aus dem Gerät. Ich weiß nicht, ob ich es nicht genau sagen kann. Okay, das ist natürlich schon heftig. Wie heißt das, dass ich immer noch nicht speichern kann? Wie heißt das, dass ich da? Wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Oh, Roman! Hey, will you got there with you? Oh, just a side job. Really, nothing big. Anyway, what's going on? Why'd you shut everything down? Yeah, didn't want to stain the merchandise. Stain it? How exactly? Lula! You really thought you could bring in outsiders? To the core of our operation, Bendejo? I think you're no ordinary tourists. Now, start talking. Or would you rather spill your guts for real? I'm looking for your guts. You don't have a heart! Kill him. I'll do it again. That's already... Okay. Was ist das? Das war's für heute. Was ist das? Okay. alle schon tot waren doch eben noch so viele ok Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist der andere jetzt schon weg? Boah, echt jetzt? Das war's für heute. 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 Wahrscheinlich muss ich ihn an, erstmal noch. Kaputt schlagen, ne? Das war's für heute. 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 Das war's für mich. Oh, das ist gut. ok aber ich muss jetzt passiert halt ja das sollte heute gewesen sein ja morgen abend gibt es ja mehr ja auf jeden fall wünsche ich dir auch danke fürs reinschauen viel spaß mit einem tablet sehen wir uns vielleicht morgen und ja ansonsten ruhe doof ruhe schaffen bis dann ruhe tschüss